Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus, willkommen zurück zu Horizon mit Aloy, mitten in der Nacht habe ich mich hier nochmal ausgeruht am Unterschlupf und gespeichert hier das Spiel noch am Leuchtfeuer, haben ja jetzt viel Aufgaben noch in den letzten zwei Episoden geschafft mit den ganzen Pirschern und sowas, oh ein Schwein in meinem Lager, da kommt das Essen zu mir gelaufen, willkommen Leute, es geht weiter mit dem Let's Play, ich hoffe euch hat die letzte Folge auch Spaß gemacht, erstmal vielen Dank für den Daumen nach oben dort. Heute geht es nach Flusslid, eine weitere Otaru-Aufgabe von der Dame, die uns da so gebeten hat, weil sie sich Sorgen macht um die Leute, die da noch wohnen, weil sie sind keine Krieger und wurden trotzdem angegriffen von Tenakt, weil die Tenakt immer nur Kämpfen im Sinn haben und sie hat uns gebeten nachzusehen, wie es um ihr Dorf steht. Erledige die Tenakt-Rebellen, sie werden ja immer noch angegriffen. Schleichen wir uns von hinten ran, die sind ja mit den anderen noch beschäftigt. Lass doch die armen Siedler hier zufrieden! Lass sie nicht unser Zuhause schenken! War ihr Zuhause? Oder war das eben gerade ein Otaru, der das gesagt hat? Beschützt Flusslid! Ja, wir beschützen Flusslid! Schön, wenn die alle nur in eine Richtung gucken! Wäre besser, wenn die mal stehen bleiben würden! Lass sie nicht unser Zuhause schenken! Geht mir auf jeden Fall viel Blutpunkte! Der sieht wichtig aus! Da hat das Mäucher nicht mehr geklappt! Lass sie nicht durch! Flusslid gefunden! Schreiten wir euch jetzt auch nicht mehr! Jetzt nehmen wir den! 107 Schaden! Wer ist das da oben? Wer lebt denn jetzt noch? Machen wir das Feuer weg! Der Rasen brennt! Wehrt euch! Lasst sie nicht durch! Wo, wo, wo! So, ich glaub den ersten Angriff haben wir abgehört! Juhu! 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 sind frisch wie der frühling das sind kinder die mit stöcken spielen es ist schwer sie am leben zu halten und es wird nicht leichter werden bisher haben die rebellen nur späher geschickt aber sie werden schon bald einen richtigen angriff starten und wenn sie maschinen mitbringen dann werden wir mehr als nur eifelige herzen brauchen du kennst dich wohl gut aus mit den nackt taktiken als die tenakt die katscher räuber zurückschlugen kämpfte ich an ihrer seite die den nackt lehrten dich zu kämpfen mehr als das lehrten mich mit metall zu arbeiten ich bin wohl der einzige utaro der das kann hätte nie gedacht dass ich dieses wissen mal gegen sie verwenden würde utaro nutzen ja nur hier so bambus holz alles was die blätter was die umwelt so hergibt aber metall nicht so wirklich doch ganz schön dass wir hierbei nacht hergekommen sind weil guck mal wie schön das aussieht mit der beleuchtung und den bäumen ziemlich cool aber die leben halt auch sehr weit weg von reinklang das macht sie angreifbar lagerfeuer habt ihr hier auch perfekt hier können wir frei reden ok setzen wir uns irgendwo hin reden wir so habt ihr stühle ein tisch rede mit q q und wie ist der plan der plan ist dass ich neue waffen für meine leute bauen sollte mein bester kletterer vors sollte material vom trommelwurz holen dort oben sind breitschlunde die ihre metallschoten säen aber seit der störung sind sie so gefährlich wie die kletterpartie da hoch vors ist noch nicht zurück wir müssen uns verschanzen und uns läuft die zeit davon wenn die retterin von meridian und noch eine weile helfen würde du könntest uns besorgen was wir brauchen du weißt wer ich bin rotes haar bogen kämpft besser als zehn krieger zusammen man kennt dich und man weiß von deiner meinungsverschiedenheit mit dem chor ich weiß was dieser ort einem volk bedeutet aber die sind mehr und besser bewaffnet ihr könntet gehen dann wäre dir sicher kennst du diese blumen die so klein und weiß sind wenn sie fallen sehen sie aus wie schnee im frühling meine tochter nannte sie winterlied sie trug ihre samen bis zum tag ihres letzten atemzugs jetzt wachsen sie im welchen im herzen von flusslid ich habe sie selbst gepflanzt ebenso die samen der brüder und schwestern die in den roten hauptzügen gefallen sind wer ich lasse sie nicht zurück ok breitmaul schlünde sind also auch um oben auf dem hügel da könnte ich noch so ein fangzahn von gebrauchen kennst du so kennst du so ich kannte die kriegerin die unsere besten gegen die kaja führte aber die so die wieder zurück kam denkt zu sehr nach über dinge die getan werden mussten ich halte nichts von reue ich halte nichts von reue ok gute einstellung und die samen deiner tochter hast du sie also im wald gepflanzt mein beileid zu deiner tochter die raubzüge nahmen sie ich fand frieden mit jedem kaja der von meinem speer fiel alles was ich jetzt noch von ihr habe wächst hier im weltchen mich vertreibt kein tenakt tragen alle utaro samen bei sich wir bekommen sie kurz nach unserer geburt nach unserem tod werden sie begraben denn unser tod bringt neues leben hervor so bleiben wir in einklang mit dem rhythmus der welt ja das haben wir uns auch schon von anderen tenakt von anderen utaro anhören können mit den samen trommelwurz ist also oben da wollte sein bester kletterer hin warum ist der fahrt hoch zum trommelwurz so gefährlich diese höhle versunkener gänge und abgründe können nur die besten durchqueren er dient meinem volk als sichere zuflucht aber seit der störung streifen maschinen in den tiefsten gängen umher aber dennoch leben flusslid und der haien von seinem wasser wir sind mit ihm so sehr verbunden wie mit den samen die hinter dir wachsen klingt nach einer alten mine oder so mit maschinen drin vielleicht ganz oben im norden das fragezeichen was ich gesehen habe okay und du bist hier der chef was genau ist deine aufgabe hier ich bin der metallweber von flusslid aber du musst eigentlich nur wissen dass ich mein volk am leben halten will dank der könnten wir eine chance haben okay metall schmied also metalweber den worts wort schmied kennen wohl glaube ich nur hier die die ossa rahmen metallschoten wurden also sollten also von trommelwurz geholt werden erzähl mir mehr von den metallschoten sie sind schwer einzusammeln die breitschlunde sehen sie man muss schnell sein und sie sammeln bevor erde und wasser sie aufnehmen aber ihr metall gehört zu den robustesten überhaupt ohne die schurten ist unsere chance zu überleben sehr gering okay und was wie viel brauchst du davon wenn ihr partout nicht weg wollt von hier dann werden wir wohl waffen bauen ich danke dir dann mal ran ans werk folge mir voller taten hier lang naja wo lang da lang du bist alt sie haben sich wohl genau wie du entschieden hier zu bleiben das wird auf jeden fall der kampf ihres lebens ich komme auf die karte das müsste bis zu jimt hier oben sein hier da gehen wir jetzt auch hin hier war der teil wo ich gespeichert habe alt holz war dann hier okay karte wird immer fast geschafft weiter aufgedeckt so können wir diejenigen verstecken die nicht kämpfen können wenn wir fallen werden die tenakt sie früher oder später finden wir sind da jetzt sind wir schon da dass wir vorgehen ich bin ich besorgt die schurten für deine leute keine sorge kommen zur schmiede wenn du fertig bist hier ist es hast du vielleicht noch fragen habe ich meine habe ich nicht ich bin bereit viel glück kommen zur schmiede wenn du fertig bist alles klar ich mache mich auf den weg da sind ja noch welche und verletzte hier oder pennt hier gerade oder beides ich sollte mir dann mal meinen weg nach oben suchen wie wir es denn hier welche maschinen erwarten mich hier drin große können das ja vielleicht nicht so sein oder alles schön beleuchtet irgendwie da hoch ganz weit hoch da stehen noch kisten auf den vorsprüngen da kannst du dich nicht festhalten toll tot erschlagen durch kiste voll am kopf erwischt okay ich soll hoch nicht darunter könnte ja auch gar gar keiner wand klettern vielleicht da drüben erstmal hin haben wir was im wasser ja ist zu sehen da ist aber ein loch halt noch durch die luft geht so schnell aus lange tauchen kann sie echt nicht wasser ist nicht so ihr element scheint der richtige weg zu sein hier sind tote ja die sind immer sehr froh wenn man samentaschen wenn man samentaschen zurückbringt sind die sehr sehr dankbar das sind giftige pflanzen hier ne das davon hat der andere von geredet wiegen am auge gut zum tunnel graben mhm abstechen so viel dazu okay mitnehmen kann man die nicht die pilze durch schießen auf pilze in der nähe wird ja das freigesetzt okay kiste kommt mir so vor als würden hier in dem zweiten teil viel viel mehr kisten rumstehen als im ersten okay wir können da hoch hier ist das klettern mal wieder aktiv da drüben lang der soundtrack von dem spiel ist auch so so bombe ne wieder runter wieder runter viele viele verzweigte tunnel hat er ja gesagt dass die hier so viele tunnel haben die ist sogar eine metallblüte drin grün glanz ich glückspilz mega glückspilz aber die metallblume die kriegen wir nicht auf ist das nicht der erste raum ja da bin ich durchgetaucht aber jetzt bin ich genau hier oben wo ich hin wollte oder hin soll war lang ich muss ja noch weiter hoch eigentlich wie komme ich weiter nach oben da sehe ich was toll da ist ein brett das führt wahrscheinlich von da hin aber wie komme ich von hier aus da rüber springen das wird nix könnte auf den vorsprung aber ich komme nicht dann da hoch das seil ist zu kurz vielleicht vor ah hier kann ich eine leiter schon mal runter lassen falls ich runterfalle kann ich von hier an die wand springen ja da ist was zum festhalten nice hier geht's hab mich aber nicht festgehalten vielleicht mal mit fetten anlauf probieren geht doch und dann muss ich hier oben ganz oben rauf und dann zum brett springen da geht's ja nicht rüber schnappen wir jetzt mal das ding wie komme ich da rauf von welcher seite am besten hier geht's geht von hier aber nicht da weiter guck mal da ist was zum festhalten oder erst mal da hin so wie es aussieht aha nice gut dann ist das brett vielleicht um wieder nach da zu springen oh ja ganz andere richtung als man denkt zeig mal die kletterlinien an genau schön abwechslungsreich diese geschichten so nicht immer nur maschinen töten oder sowas sondern jetzt hier auch mal so eine kletteraktion ein bisschen mit anlauf geht's ja hier nicht gut und jetzt dahin wenn ich es richtig abpasse könnte ich springen und mit dem zugwerfer zur anderen seite kommen ja runterfallen wäre hier auch eine blöde aktion gewesen weil dann müsste ich erst mit die strickleiter wieder hoch und wir dann wieder ganz da drüben und sowas ne wollen wir uns gar nicht ausdenken sowas oh leila bin aber immer noch nicht am ziel angekommen für die quest noch weiter hoch hier lang was er gesagt hat jetzt sind die tunnel voller maschinen waren aber nur zwei wühler da also und die nacht ist auch langsam wieder vorbei hier geschafft wo sind jetzt diese breitschlunde naja breitschlunde so da war der eingang trommelwurz und hier bin ich hier oben rausgekommen aber wir dürfen ja nicht vergessen drin im trommelwurz war noch eine metallblume für den den einen weg versperrt hat wird hier nicht so angezeigt muss man sich so merken hier noch was unter wasser ne das ist nur so ein kleiner tümpel aber breitmauldinger sehe ich nicht jetzt doch ne da das ist keiner wildschwein und noch so ein wühltyp voll schön hier oben da hinten könnten welche sein da sind sie ja diese schoten die sie auswerfen sind wohl die die Q braucht sieht aus als könnte ich sie einfach aufheben wenn sie zu boden gefallen sind ja wenn ich leise genug bin komme ich an sie ran ohne dass die maschinen mich sehen klingt nach dem plan solange der hier aber noch rumschleicht da ist da ist so ein breitmaul ich brauche von denen noch so einen Zahn ey weiß aber nicht ob ich es riskieren sollte den aufzuscheuchen das da ist doch so ein Ding ne oder ist das eine Lampe könnte auch eine Lampe sein okay die scheißen die da hinten auf jeden Fall so aus aber die bleiben nicht lange liegen so wie es aussieht ja die versinken sehr schnell dann im Boden oder ja auch hier im Meeresgrund komm schon nimm das na gibt es ja auch einen anderen noch der das Ding nicht im Wasser platziert so schnell kommst du da gar nicht hinterher geschwommen oh oh nicht so gut wenn ich gegen den kämpfe macht er keine keine neuen Kanister mehr das ist halt das blöde ich brauche nämlich noch ein paar mehr ne sechs Stück ich glaube da in dem Bereich ist noch so ein oh nein da ist noch so einer schmeißt da oben ja genau da wo du bist da kannst du mal welche hinten hinpflanzen jetzt hört schon auf zu suchen ja eben den hier kann ich noch mitnehmen arbeite weiter wie böse der mich angucken nimm mir seine Augen nein komm nicht hierher den Busch brauchst du nicht zu sehen und der ist wieder blau warum drehst du dich jetzt um oh schön die müssen die fallen auch immer im Wasser ich dachte das bleibt jetzt da oben liegen da hinten ist noch einer die sieht gut aus die sieht gut aus wie viel habe ich denn jetzt schon eingesammelt vier fünf eine noch die Maschine das wären alle Schoten dann verschwinde ich mal ja kehre zu Q zurück wenn ich von denen noch einen Fangzahn kriege könnte ich meinen Bogen updaten an der Werkfang aber die die Zähne von denen zu kriegen ist halt echt nicht so leicht Zünder Kettenreaktion ist Blitz weil die im Wasser sind ne schwach gegen Wasser Löschwasserkanister Saugeinheit Zünder Rohstoffbehälter Stoßzähne so ein Brau ich brauche halt so einen Stoßzahn die ist halt nur wenn die das Maul aufmachen Na also Na also Vielleicht kann ich ihn einspieren dann Stoßzahn abhauen eingefroren ist er ja da so ein Stoß halt still Nicht im Boden versinken Mach das Maul auf Maul auf Da hab ich keinen Schoßzahn gesehen gerade Auf die Fressluke Ich glaube ich hab keinen Fresslukenzahn gekriegt Vielleicht liegt der noch irgendwo einer rum Vielleicht mit Glück Ah guck mal jetzt jetzt kann man ja auch doch so viele Ne die versinken immer im Boden Selbst wenn die danach hier liegen die ganzen Kanister Ich hab ihn keinen Zahn abgeschlagen Trotz des Eises hat es nicht so geklappt Die sind auch nicht bei jedem Angriff offen Aber wenn das Maul ganz aufgeht dann fahren die so nach vorne aus Aber wenn das so Saugangriffe macht oder so was dann sind die eher so eingeklappt die Zähne und deswegen kriegst du sie auch nicht so schnell Naja Ich mach mich auf den Weg zurück zu Q Ich bin ja hier Vielleicht kann ich ihn hier abkürzen indem ich hier irgendwo runterspringe oder sowas Damit ich schneller wieder zurück zum Dorf komme Hat auf jeden Fall Spaß gemacht die Höhle zu erkunden Ich hoffe euch hat es auch ein bisschen Spaß gemacht und bisher sah der Ort hier Flusslied ja auch echt schön aus Für den nächsten Kampf Gerade auch mit der ganzen Beleuchtung bei Nacht Hat mir das echt gefallen Also lasst gerne einen Daumen nach oben dafür die heutige Episode Wenn es euch gefallen hat und dann geht es in der nächsten Folge weiter und dann bereiten wir Waffen vor für den Kampf gegen die Tenakta mit Flusslied hier in Ruhe weiterleben können Also bis zur nächsten Folge Tschüss Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal